Ich heiße Carolin Marti, ich bin Fotografen und ich habe mein Atelier hier im Poker. Mein Name ist Brigitta Pauli, ich arbeite auch in dieser Ateliergemeinschaft mit Carolin. Wir haben viele Projekte zusammen. Meine Ausbildung ist Textilentwerferin. In der Ausstellung zeige ich eigentlich zwei Arbeiten. Eine Arbeit hat den Titel im Atelier und da geht es darum, was hier im Atelier oder draussen in den Gängen vom Poker so vor sich geht, wenn ich mit mir fotografiere. Das zweite Projekt ist vielfältiger. Da geht es darum, dass ich zu zwölf von meinen Lieblingsbüchen ein eigenes Titelbild gelegt habe. Die Themen meiner Ausstellung sind florale Bilder. Ich habe mich aber auch in die Abstraktion begleiten aus diesen zeichnerischen Pinselübungen. Ich bin aber auch so weit gegangen, dass ich nur noch auf die Leinwand gemalt habe. Die Leinwand ist dann lose vom Rahmen losgelöst an der Wand. Es gibt eine Geschichte, eine Pinselsprache und diese Leinwand habe ich dann sogar noch bestickt. Das heißt, ich bin eigentlich in diese Leinwand eingedrungen und das hat dann einen ganz tiefen Grund gegeben für diese Arbeit. Wir lagen euch herzlich ein zu der Ausstellung. Sie startet am 4. Juli und dauert bis den 30. August. Die Leinwand ist geöffnet während der Bürozeiten von 8 bis 18.30 Uhr im Medienzentrum Bundeshaus Bern an der Bundesgasse 8. Ganz einfach zu finden. Eigentlich geht genug des Bundeshauses. Die Leinwand ist geöffnet. Wir lagen auf die Leinwand. Untertitelung des ZDF, 2020